Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas feinem Podcast. Ach, wir fangen schon an? Wir fangen schon an, ja, ja. Ich dachte, dass du jetzt wartest, bis eine rote Ampel kommt und ich mir das Mikro wieder an den... Bis dahin sind wir zu Hause. Kannst du auch, wir können auch warten. Nee, aber Jörn, du hältst dich die ganze Zeit nicht. Komm, jetzt sind wir dabei. Ja, Episode 432, ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Und ihr seid es gar nicht, überhaupt nicht. Nee, nee. Wir sind im Auto unterwegs mit dem neuen geilen Equipment, das es ermöglicht, viel geilere Podcastaufnahmen während der Fahrt zu machen. Also nur von der Audioqualität her. Hammer. Oh, wieso werden jetzt alle Ampeln grün? Gesche wollte gerne an der roten Ampel ihr Go-Mate-Am-Gort festmachen. Komm, ich mach das jetzt während der Fahrt, ist mir jetzt egal. Ich kann das nicht ertragen, wenn du... Oh ja, du kannst lenken einfach. Wie so ein Fahrlehrer, denke ich hier. Greifst du ungefragt einfach ins... So, jetzt habe ich das an Gurt. Ja, fantastisch. Wir kommen frisch aus dem Erlebniswald Trappenkamm. Nee, wir kommen aus Kiel, wir waren ein paar von meinen Eltern. War doch so schlimm, dass du das einfach schon jetzt wieder verdrängt hast. Naja, aber der Anlass für die Fahrt war ja, da hinzufahren. Da war Weihnachtsmarkt. Ich habe ein Interview mit jemandem geführt, der nichts mit dem Weihnachtsmarkt zu tun hatte. Und dann sind wir auf dem Rückweg noch bei deinen Eltern gewesen. Und das war sehr schön, wie immer. Wie im Danke. Familie ist Familie, ne? Ja, kann man sich nicht aussuchen. Ja, la Familie. Junge, Junge. Ich... Was denn? Sollen wir das Radio vielleicht ausmachen? Ja, du, das ist eine Idee. Achso, man kann das nicht ausmachen, wenn man navigiert. Entschuldigung. Ja, wir waren so. Eine rote Ampel, jetzt ist eine rote Ampel, wo wir alles geklärt haben. Arbeitsmäßig war ich, das war auch spannend, diese Woche beim Grünkohl-Essen. Das war letzte Woche schon, wieso habe ich das denn... Achso, genau, ich war letzte Woche beim Grünkohl-Essen, SPD Kiel-Süd. Das ist jetzt vor dem Bundesparteitag der SPD gelaufen, der Beitrag. Das war sehr schön. Ich war außerdem in Timmendorfer Strand wegen der Bahnfahrt, Hinterlandanbindung für die feste vier Mann Weltquerung, Riesenstreitthema. Und vor allen Dingen war da ja... Ja, ja. Ich weiß nicht, ob du das bewerten darfst, das Journalistische, aber ich darf... Das ist ja mein privater Podcast. Ich bin ja hier nicht dienstlich. Aber sag du mal, wie bewertest du das? Ich finde, die Bahn hat einen Arsch offen. Achso. Nur kurz zur Erklärung, worum es eigentlich geht. Dänemark baut einen Tunnel zwischen Lolland und Fehmarn und bezahlt den auch, weil die Verkehre so stark sind, Ostseeraumwachstumsregionen, gibt immer mehr Güterverkehr und die Leute stehen sich die Reifen platt vor der Fähre in Puttgarden und in Röckby auf der anderen Seite. Und deswegen sagen die denen, wir wollen jetzt einen Tunnel bauen. Wir sind ja mit dem Schiff noch nicht rübergefahren. Genau. Haben wir das erzählt? Um diese Spreche geht es. Genau. Hört doch nochmal Folge... Hier, Folge mal reinschneiden. Ja, genau. Da haben wir darüber geredet, wie wir mit dem Schiff von Fehmarn da rüber gefahren sind. Da war nichts auf der anderen Seite. Nee. Also Dänemark, aber dem Ort nicht. Jetzt soll da bald eine Autobahn sein und eine Bahnverbindung und das Gegenstück dazu, Autobahn und Bahnverbindung, muss Deutschland da an den Tunnel ran bauen. Bis 2029 soll der ganze Bums fertig sein. Und sie haben sich überlegt, dass sie dann die bestehende Bahnstrecke, die sogenannte Bäderbahn einstellen. Und ähm... Oh, muss ich hier... Ja, du musst hier auf dieser Sprache... Achso, ich soll Richtung Eckernförder auffahren, ne? Ja, da wo wir wohnen. Wir wohnen nicht in... Ja, aber dahinter. Ja, das stimmt. Von hier aus so. Ich bin fast falsch gefahren. Und diese Bäderbahn, da fahren jedes Jahr 1,2 Millionen Menschen mit, 400.000 alleine bis Timmendorfer Strand und jetzt kommt der geile Scheiß. Der Bahnhof, der jetzt in Timmendorfer Strand ist, der wird dann auch weg sein, den gibt's nicht mehr. Dann fährt man nur noch von Lübeck bis Ratekau und steigt da in Bus, um nach Timmendorfer Strand zu fahren. Und da sagt natürlich die Gemeinde Timmendorfer Strand, Macke. Ja, zu Recht. Ja, voll. Und wir wohnen ja in einem Dorf, wo das auch gerade Thema ist mit der Bahn und können wir vielleicht ja gleich nochmal drüber reden. Und ja, das ist natürlich total wichtig. Genau. Gerade in den kleinen... Wir reden alle darüber, wenige Autofahren, bla, blub, dieses, das. Solche Orte, Kleinstädte oder Dörfer auch, die wachsen ja auch dadurch und vieles orientiert sich ja danach, ob irgendwo ein Bahnhof ist. Richtig. Und riesig ist es ja so auch. Genau. Unter anderem, aber das ist halt das Hauptdorf und dann ist da auch, Hauptdorf und Wahnsinn, ist da auch der Bahnhof, ne? Ja. Und wenn man einfach jetzt sagt, ja, okay, diese und jene Orte, ihr habt jetzt einfach dann keine Bahnanbindung, ja, zack, weg. Ja. Das geht gar nicht. Das ist einfach scheiße. Und das sind, also es ist ja nicht nur Tourismus, sondern es sind natürlich dann auch die Leute, die im Tourismus arbeiten. Der Ort lebt zu 90 Prozent davon. Die Leute, die in den Hotels, in den Restaurants arbeiten, in den Läden, in der Stadt arbeiten, in der Gemeinde, die sind natürlich alle da nicht wohnhaft, sondern die pendeln dann auch von irgendwo herein mit dem Zug. Dann gibt es irgendwie so ein Wiedereingliederungswerk, wo benachteiligt die Jugendliche irgendwie dann auf den ersten Arbeitsmarkt geschleust werden. Die kommen sowieso schon nicht mit ihrem Leben klar. Und da sagte die Leiterin dieser Einrichtung, wenn die jetzt Bus fahren sollen, immer wenn der Zug ausfällt, warum auch immer, dann kannst du die eine Woche lang vergessen, weil die halt so sozialfogisch sind beispielsweise, dass sie sich einfach auch nicht in vollen Bus drängeln können. Oh ja, ich meine, das ist schon. So, das ist auch schon für Leute ohne Sozialkuchen. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Es war für komplett abelte und so Menschen auch schon kacke. Ja, so und dann ist dann noch irgendwie ein großer Wurstwarenfabrikant, dessen Geschäftsführerin sagte, wenn sie, sie hat im Augenblick Bewerbungsgespräche mit jungen Leuten, die sagen, wie wollen sie denn den Standortnachteil Timmendorfer Strand ausgleichen? Wo sie im ersten Moment so für sich denkt, so hä, Nachteil, Timmendorfer Strand, das ist doch voll geil hier. Geil hier, bester Ort von Welt. Aber die sagt halt auch, die Leute wollen eben einfach nicht mit dem Auto fahren müssen, sondern sie wollen gerne in den Zug steigen und dann mit dem Klapprad zur Arbeit. Und wenn das nicht funktioniert, dann bewerben die sich woanders. Ja, ich finde halt auch, es macht total viel aus. Ich sage mal, auch für uns, wir haben uns immer verkleinert vom Wohnort her, von Kiel. Na gut, wir waren schon mal im Dorf zwischendurch, aber das war ja auch eher Heide, also Lohe war ja mehr. Lohe ist wie, ja. Und dann Husum und jetzt noch eine Nummer kleiner. Aber ich glaube, zum Beispiel, auch wenn wir jetzt von einer kleinen Schritt aufs Dorf gezogen sind, alleine die Tatsache, auch wenn die Bahn im Moment ja noch nicht fährt in Rieselbü, dass da ein Bahnhof ist, das macht den Schritt nicht so groß. Das ist jetzt zum Beispiel Husum-Rieselbü, wir werden nicht mehr vorstellen, wir würden jetzt auf dem Dorf ohne Bahnhof ziehen. Ja, klar. Das wäre ein größerer Schritt, obwohl wir gar nicht wahnsinnig auf Bahn fahren. Du öfter als ich. Ich versuche es zumindest. Genau. Aber immer mit dem Punkt, wir wollen kein zweites Auto haben. Ja. So, wenn wir jetzt irgendwo wohnen würden, wo kein Bahnhof ist, müssen wir ein zweites Auto haben. Genau. Es geht nicht. Zum Beispiel in Sisebü. In Sisebü zum Beispiel, ja. Unserem Nachbarort könnten wir ohne zweites Auto wahrscheinlich nur sehr, sehr schwer beide unserer Arbeit ausmachen. Ja, vielleicht, wenn ich dann immer irgendwie morgens dich nach Eckernförde fahren würde mit dem Auto, dann könntest du von da mit dem Zug nach Kiel fahren und wenn du dann irgendwo anders berichten musst, von da dann mit dem Carsharing oder so, irgendwie so ein Konstrukt. Klar, kann man theoretisch machen. Wirst du aber auch bekloppt bei. Komplett. Schon beim drüber nachdenken. Auf jeden Fall kann ich es einfach verstehen, dass die Leute, Timdorfer Strand und mehreren Orten, glaube ich, noch, die betroffen sind, dass die da einfach richtig wütend sind, dass denen die Bahn einfach dann, die Bahnanbindung weggenommen werden soll. Ja. Also das sind noch zwei andere Orte, die da betroffen sind. Da wird der Bahnhof nur um wenige hundert Meter verlegt, um an diese neue Bahntrasse ranzukommen. Also Timdorfer Strand ist der einzige von denen, der wirklich rausfallen soll. Das ist echt übel. Und wo das Land auch sagt, ja, also es gibt ein Rechtsgutachten, das Timdorfer Strand in Auftrag gegeben hat von einem Verwaltungsexperten, der sagt, naja, es gibt irgendwie mehr Gründe, die gegen die Schließung dieser Bahnstrecke sprechen, als es Gründe gibt, die dafür sprechen. Denn die Gründe dafür sind halt null. Also das ist auch rechtlich nicht so ganz einfach, wie die sich das vorstellen. Und da sagt das Verkehrsministerium des Landes und auch die Deutsche Bahn, ja, nehmen wir zur Kenntnis, aber wir halten trotzdem an diesen Plänen fest. Also die zweifeln einfach dieses Rechtsgutachten an und riskieren damit, so sagt es dieser Verwaltungsrechtler auf dem Termin, dass sie dann eben, dass dann das Eisenbahnbundesamt der Stilllegung der Strecke nicht zustimmt. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass die neue Strecke überhaupt gebaut werden kann. Also das wird alles noch spaßig werden. Und ob sie das alles in den nächsten nicht mehr ganz sechs Jahren hingekriegt haben werden, das wage ich mal zu bezweifeln. Ich habe jetzt mehrere Sachen, die gar nicht mit dem Thema zu tun haben. Okay, wir machen ein ganz neues Thema. Erstens fühlt es sich komplett komisch an, gerade, dass wir podcasten, weil wir nicht, also ich spreche ja nicht gerade im Mikro, du hältst auch kein Handy hoch. Ich habe hier jetzt ein, also ich spreche ein Mikro, aber ich habe es nicht vor der Nase. Ja. Wir unterhalten uns einfach. Oh Gott, das klingt jetzt richtig blöd, wenn das so sein, ne? Ja, naja, wir haben halt diese Ansteck-Dinger. Wir haben so Ansteck-Mikros im Auto und ich finde das irgendwie, du hast auch nichts vor der Nase, wo jetzt steht, dass die Aufnahme läuft? Ah, okay, das habe ich nicht, die Augenwinkel. Ich gucke auf die Straße, wegen Leben retten und so. Ja, dann wollte ich dich noch fragen, wo nochmal der Tempomat hier angeht. An der linken Seite vom Lenkrad, unten in der Mitte ist eine Taste Set. Da, genau. Und wenn ich das drücke, dann hakt es das Tempo ein, was du gerade fährst, genau. Und wenn ich später das Gas oder Bremse anticke, geht es automatisch raus, so wie beim anderen Auto auch. Richtig, genau. Ich bin nicht so schlau mit Autos, Leute, lacht mich nicht aus. Ja, und wir haben ja auch ein neues Auto, das in seinen Bedienelementen einfach anders ist. Ja, also mit dem Tempomat, das alte war besser, weil das ein Hebel war und hier sind ganz viele verschiedene Knöpfe. Genau. Man muss immer umgreifen am Lenkrad. Ja, ich will auch nicht runtergucken, weil ich ja auf die Straße gucke, um uns das Leben zu weiten im Sekundentakt. Super, finde ich gut. Bin ich richtig Fan von. Leben? Leben retten, dass du das machst für uns grundsätzlich. Ich finde auch, mir ist warm, ich muss meine Mütze abnehmen. Sehr gut. Gut, möchtest du vielleicht auch die Spur wechseln, weil wir sonst nach Gettdorf abbiegen? Achso, die Spur. Ja. Ich habe gerade verstanden, Schuhe und dachte so, was haben denn meine Schuhe, dann müsst du tun, ob wir nach Gettdorf wollen. Sieben Meilenstiefel. Hier wird die Spur zur Abbiegespur. Ja, hatte ich vergessen. Ja, das war gewöhnt. Tüttendorf. Tüttendorf. Ich finde es immer fänglich und unanständig. Witzig. Aber auch ansonsten war dieses Wochenende ja geprägt von einem Roadshow, Trip sondergleichen. Die erste echte Langstreckenfahrt. Sondergleichen. Ja, was denn? Wir sind mit diesem Auto noch nie so weit unterwegs gewesen. Weil wir auch noch gar nicht mit dem Auto weit unterwegs waren. Ja, gut, okay. Wir sind nach Cuxhaven gefahren, denn da urlauben gerade meine Eltern und die haben wir besucht. Wenn die schon mal in der Nähe sind, was sind schon vier Stunden Fahrt? Dreieinhalb. Dreieinhalb. Was sind schon vier Stunden Fahrt? Vier Stunden Fahrt sind dreieinhalb Stunden. Genau. Da sind wir hingefahren, sind ein bisschen spaziert. Du warst im Leguano-Store. Ja, ich habe mir neue Schuhe gekauft, die super flauschig und warm sind, aber leider nicht ganz so wasserfest, wie ich mir das gewünscht hätte. Ja, unsere Hörer wissen das natürlich, aber erklärst mir bitte nochmal, was ist Leguano? Dankeschön. Ja, also Schuhe, die sich aber nicht so anfühlen wie Schuhe. Richtig? Ja, mit so einer dünnen Sohle halt und so. Ja, also ich laufe ja auch sonst gerne barfuß und wollte ich mir mal barfußschuhe angewöhnen, hatte für den Sommer schon welche. Jetzt wollte ich die Wintervariante, die sind aber alle nur wasserabweisend und nicht wasserfest. Dann hat sie die noch so ein bisschen imprägniert. Und da habe ich noch wasserfeste Socken dazu. Ja, habe ich es aber im Trappenkampf festgestellt, dass eine Stunde durch einen nassen Wald dann auch dieses Konstrukt mit Imprägnierung und wasserfeste Socken an Grenzen bringt. Also hätte ich für diese Art von Spaziergängen doch nochmal andere Schuhe. Also ich habe tatsächlich keine wasserfesten Schuhe im Moment. Also keine dafür. Ja, dann wird es aber. Mit den zehn Minuten in der Pfütze stehen, da nur noch brauche ich es. Ja, das ist ja ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen blöd. Ja. Genau. Ja, und auf dem Rückweg haben wir noch einen Abstecher nach Hamburg gemacht, weil da eine Freundin Geburtstag gefeiert hat. Frühere Kollegin, die hat mich, ich kannte das Wort nur so am Rande als ihren Büroehemann bezeichnet. Hast du das gestern zum ersten Mal aus ihrem Büro gehört? Ja, ja, habe ich. Achso, weil sie hat das so gesagt, dass das immer schon so euer Ding gewesen wäre. Nee, komplett nicht. Ja, das ist ja mein Büroehemann und du so, oder war, war mein Büroehemann und du so. Was? Ja, es, ja, also. Aber es stimmt ja auch. Ja, natürlich stimmt es. Also alles, was in diesem Büro stattgefunden hat, hat grundsätzliche Anklänge an eine Ehe. Wir haben uns von unserem Tag erzählt und wie scheiße alles ist. Und so ähnlich wie wir uns, oder wie ich manchmal sage, heute gehe ich ja wirklich früher ins Bett und wir gucken nur eine Folge bei Netflix und es dann doch irgendwie Mitternacht wird. Janine und ich uns regelmäßig erzählt, dass wir aber heute wirklich pünktlich Feierabend machen. Apropos, gucken wir gleich noch Netflix, diese bekloppte Norweger-Serie zu Ende? Ja, da wollte ich auch gerade noch drauf kommen. Wir haben auf Empfehlung von Ole mit Norseman angefangen. Ole? Ja. Welchen Ole? Bladhering-Ole. Gorkram-Ole? Ja. Ach, der hat dir das empfohlen? Weiß ich nicht mehr. Ich dachte, dass du das zufällig angemacht hast. Nee, das war eine Empfehlung. Ich weiß den Kontext nicht mehr. Kontext ist egal. Kontext Montext. Kontext never matters. Ja. Also das ist eine Serie über Wikinger in der Wikinger-Zeit. Also Comedy-Serie. Ich hätte eine Banane. Anders kann man es nicht sagen. Wird es ein bisschen mit dem Humor von Monty Python verglichen? Ja. Ja, finde ich hat schon. Also nicht so komplett, aber hat was davon. Also einfach. Also skandinavisch halt. Also ja, gar, gar. Mein Schlüsselmoment waren gleich die ersten paar Minuten. Spoiler. Das ist ein harter Spoiler. Da sitzen sie auf diesem Wikinger-Boot und fahren wieder zurück nach Hause und freuen sich schon, dass es jetzt nach Hause geht. Und da ist dann so ein Sklave, den sie unterwegs erbeutet haben, der sich immer beschwert, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und der Informationsfluss hier ganz schlecht. Also er wüsste überhaupt gar nicht, worum es hier ginge. Und dann ist also der Häuptling Olaf geht dann rüber und sagt so, dir ist also der Informationsfluss nicht gut genug. Ich habe hier noch ein bisschen Information für dich und haut ihm so ansatzlos auf die Nase und geht wieder weg. Okay. Und dann steht da Olaf, während dieser Sklave da so vor sich hin jammert und fragt, ob das irgendjemand gesehen und bezeugen kann, steht Olaf vorne am Bug und spricht mit seiner rechten Hand, mit Arvid und sagt, war diese Reaktion jetzt ein bisschen zu harsch? Und diese ständige Hinterfragen von Sachen, die man als unbedarfter Zuschauer so einem Wikinger halt einfach zuschreibt und für den, wo wir jetzt halt sagen würden, das ist völlig normal, da geht diese Serie halt nochmal in die Tiefe und die besprechen das dann nochmal. Und das finde ich total schön. Und sie ziehen diese Witze so unglaublich in die Länge, dass es schon fast wehtut. Das war, glaube ich, auch in der ersten Folge oder in der zweiten. Dass die auch immer so sagen, wir sind ja noch in der Wikingerzeit. Ja, sowas ist auch ganz, genau, es wäre schön, wenn wir an unserem Klo Wände hätten, aber so weit sind wir noch nicht in unserer, ganz fantastisch. Und dann ist ja diese großartige Szene. Aber nicht zu viel Spannung, aber man kann ja skippen. Die, das ist mir egal, ich spoilere das jetzt. Die ist auch schon alt, die Serie ist ja nicht neu. Genau, schon mindestens anderthalb Jahre. Nee, nee, die ist schon älter, die ist, glaube ich, von 2017. Ach, ja, dann zählt das doch alles. Ich meine, ja, ich meine, dass zumindest die erste Staffel schon einige Jahre alt ist. Jedenfalls unterhalten sich da zwei Sklaven und der eine sagt, Mensch, heute bin ich 20 Jahre Sklave und heute werde ich in die Freiheit entlassen. Und ich freue mich schon so, wenn ich ein freier Mann bin. Ich gucke, ich betrachte so gerne Dinge. Ich sehe mir gerne Sachen an. Du willst jetzt wirklich diese ganze Szene nachdenken. Ja, 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 weil sie so toll ist. Aber sie ist besser, wenn man sie sieht. Also vielleicht, es gibt es lieber. Es gibt um Sehen. Es gibt es lieber. Jetzt, Jörn, und guckt euch die Serie an. Aber für alle anderen, die das partout nicht wollen. Jörn, bitte. Danke, dass ich in meinem Podcast das erzählen darf. Danke. Also ich finde auch, dass ich in unserem Podcast hier so ein bisschen auch den Überblick behalte. Auch an das Wohl unserer Hörer und Hörerinnen denke, die nicht gespottet werden wollen. Oder, alter Jörn, ich hasse das. Du kannst dich dieses Ja sagen und dabei einatmen. Es ist einfach widerlich. Das macht man nicht. Ich weiß, du willst es jetzt direkt nochmal machen. Mach es nicht. Einatmen und dabei reden ist echt nicht schön. Wir erinnern uns. Das Gespräch hat eigentlich damit angefangen, dass ich eine Szene aus der Serie Northman von Netflix zusammenfassen wollte, in der sich zwei Sklaven darüber unterhalten, dass einer von den beiden ja jetzt dann demnächst freigelassen wird und er freut sich darauf, sich die Natur anzugucken, Dinge zu betrachten, zu beäugen, optisch in sich aufzunehmen. Und zur gleichen Zeit ist einer der Wikinger gerade sehr sauer und stürmt raus auf den Bogenschießplatz und hat halt seinen Pfeil und Bogen und macht da irgendwelches Training. und dann schalten sie immer wieder um zu diesem Sklaven, der ständig neue Synonyme findet dafür, was er alles mit seinen Augen machen will. Arvid schießt den Pfeil, wird abgelenkt, der Pfeil fliegt viel zu hoch am Ziel vorbei und dann sagt dieser Sklave, das ist ja interessant, was ist denn das da in der Luft? Nee, 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 Entschuldigung. Natürlich, klar. Jetzt muss es nochmal, weil es ist noch besser. Er schießt in einen Pfeil und man denkt schon, der landet da, der landet aber noch gar nicht da. Dann wird nochmal hin und her geschnitten und dann nimmt er zum ersten Mal zwei Pfeile. Er nimmt zwei Pfeile und schießt die gleichzeitig ab. Ich finde, das ist wichtig in dieser Szene. Aha. Weil dann weißt du ja, okay. Du weißt einfach dann was. Irgendwann denkt man ja schon beim ersten Schuss, okay, das geht ins Auge und dann schießt er auch noch zwei Pfeile ab und der Typ sagt, betrachtet dann, da ist doch irgendwas in der Luft. Ah, das ist ja total interessant und es fliegt genau auf uns zu. Es fliegt so vorne so spitz auf und er guckt so und dann hat er halt zwei Pfeile in den Augen stecken und wird nie wieder irgendwas sehen können. Okay, ich habe da nicht hingeguckt mehr. Ja. Deswegen wollen wir es jetzt auch nicht mehr im Detail beschreiben. Nee, ist auch unappetitlich. Ist überhaupt, würde ich sagen, die Serie, also falls ihr die, vielleicht sind wir auch so late to the party und alle kennen die schon und sagen so. Mit Sicherheit. Ey, schau, sind es echt jetzt. Wollt ihr uns ver... Aber falls ihr die noch nicht kennt, das ist wirklich witzig, aber es ist auch, also wenn ihr Splatter nicht so mögt, wenn ihr Fäkalhumor oder so, dann lieber nicht. Ja. Ja, also die ist schon auch sehr, es fehlt so Blut und so, ne? Naja, es sind halt Wikinger, die rauben und morden und alles. Randschatzen auch viel. Ich habe auch gar nicht vorher so drüber nachgedacht, dass Wikinger Sklaven haben. Ja, haben wir da gelernt. Ja, ich wusste das nicht. Also, ich bin vielleicht einfach sehr ungebildet, aber mir war das, und ich war schon mal in Heiterbo und trotzdem bei mir... So. Das ist eine gute Frage eigentlich. Steht da was darüber? Ich habe die Ausstellung leider nicht auswendet, nicht gelernt, weil ich auch jedes Jahr, also immer wenn wir da sind, bin ich immer wieder viel zu begeistert davon, mit wem in der Welt die alles Handel getrieben haben und was für Sachen man einfach in Heiterbo im Hafenbecken, im ehemaligen Wikinger Hafenbecken gefunden hat, was einfach bei denen über Bord gefallen ist oder wo mein Schiff gesunken ist. Glasscherben aus Fernost oder was weiß ich, keine Ahnung, wo sie die her haben. Aber, also man kann nachweisen, dass sie buchstäblich von Heiterbo in der Nähe von Schleswig aus und der Schlei Handel mit der ganzen Welt getrieben haben. Das finde ich total faszinierend. Und da, deswegen habe ich, also ich habe noch nicht darüber nachgedacht, ob da vielleicht auch Sklavenhandel irgendwie ein Thema war. Ja, ich glaube, dass manchmal vielleicht sogar man generell nicht ganz so auf dem Schirm hat, wie, ja, zu wie vielen Zeiten und an wie vielen Orten es eigentlich Sklaverei gab, weil, wenn man in erster Linie an die Sklaverei in Nordamerika denkt, wenn man das hört, oder? Also, wenn ich jetzt Sklaven höre, dann denkt man, also ich denke dann als erstes daran. Ja. Ja. Und nicht an alle anderen Zivilisationen oder wie auch immer in der Geschichte, wo es auch noch Sklaven gaben. Genau. Das ist... Vielleicht dann auch, würde ich an die Pyramiden würde man noch denken, also an Ägypten. Aber gerade da waren es ja keine Sklaven. Waren sie nicht? Die Leute sind ja bezahlt worden. Das waren normale Arbeiter. Das ist einfach so ein Mythos? Ja. Und ich bin voll drauf reingefallen? Ja, komplett. Oh, ich bin... Also es gibt tatsächlich... Du hast es bestimmt in einem Podcast gesagt. Ja, im Mammis and Magic Podcast, von dem ich ja auch schon mal erzählt habe. Mumien und Magie. Immer, wenn du das sagst, muss ich immer wieder neu in meinem Kopf quasi kalibrieren. Es ist so Mumien und nicht um Mütter geht, wenn du Mammis and Magic sagst. Ich finde aber Mammis und Magic fände ich auch einen schönen Podcast. Wo Mütter einfach so ihre... Zaubertricks vorführen? Ihre Zaubertricks, was für ihre Lifehacks. Muddys und Magie. Ich greife in die Winsel. Tada! Kaninchen. Was? Nee, ich weiß schon... Ach komm, geh weg. Haben Mammis keine Zylinder, deswegen müssen sie was anderes benutzen. Was ist denn? Ich kann nicht mehr. Was war denn noch los? Sonst war gar nicht so viel, habe ich das Gefühl. Ich hatte einen Gottesdienst heute. Ach verrückt. War schön? Ja, war schön. Na Mensch. Manchmal habe ich das Gefühl, meine Arbeit interessiert dich gar nicht. Das muss ganz schön scheiße für dich sein, weil ich echt viel darüber rede. Ja, das machst du echt. Junge, Junge, redest du viel über die Arbeit. Ist bester Job einfach. Und du hast auch besten Job. Auch wenn jemand auf der Party gestern so meinte, nee, also Landeskorrespondent, das würde mich ja gar nicht reizen. Schon diese Aussage, das lässt mich gar nicht los. Weil ich denke, wenn man ein Journalist ist, müsste das einfach die Besse, was gibt es da ein Besseres, als über ein ganzes Bundesland berichten zu dürfen? Naja. Oder überhaupt Korrespondent zu sein. Also im konkreten Fall ging es ja um die Aussage, dass Reporterleben im konkreten Fall eben dadurch darin besteht, dass man halt viel aktuelle Sachen macht, schnelle Produktionen hat, vom Tag für den Tag, ein Thema kurz zusammenfassen, zack, zum nächsten Thema weiter eilen, stündliche Berichterstattung von irgendwas. Das hat ja auch seinen Reiz. Mochte ich ja auch total. Ja. Ich habe trotzdem irgendwie das Gefühl, dass die Karriere, die du gemacht hast, also bei dir kann man wirklich von der, bei mir ist es einfach so, ich habe 3000 Jahre studiert und jetzt bin ich halt Pastorin fertig, das bin ich für den Rest meines Lebens. Bei dir kann man, wenn es gut läuft, bei dir kann man wirklich von der Karriere irgendwie sprechen. Ich habe irgendwie trotzdem das Gefühl, dass deine Karriere so, dass es so eine natürliche Entwicklung ist. Ja. Also vom Privatradio zum NDR, zum Deutschlandfunk, das ist irgendwie so ein Aufstieg und von Nachrichten, die eigentlich daraus bestehen, dass man Tickermeldungen abschreibt über dieses Tagesgeschäft bis hin zu jetzt, ja, längeren Formaten und so. Ja. Ich finde das jetzt wertiger, was du jetzt machst, als was du vorstuchst. Also nicht, dein Job vorher war ja auch cool und so, hat dir auch Spaß gemacht. Und vielleicht wirst du ja auch da wieder zurückgehen. oder in irgendeinem, also weiß man auch alles nicht, aber nee, weiß man nicht. Aber Zim finde ich, das ist wie so eine logische Fortsetzung von, ja. Ja. Von dem, was du so gemacht hast. Oder? Ja, das kommt hin. Finde ich auch. Ich hatte eben noch irgendeine, was denn? Kann ich das erzählen? Vielleicht können wir, ich weiß nicht, ob es diesen Bericht noch gibt, bei dieser Party, bei der wir waren, weil es ja eine ehemalige Kollegin von dir war und da waren ja mehrere auch so Nachrichtenleute und so und die eine habe ich dann gefragt, was sie so macht und dann hat sie auch erzählt, was so ihre Schwerpunkte sind und so und dann habe ich sie gefragt, ob sie so Perlen hat, also so, ja, ich fahre ja schon rüber. Weißt du, wenn du jetzt hier an der Stoßstange klebst, löst sich mein Auto nicht in Luft auf. Wusstest du das? Ich fahre auch 80 und jetzt auch 80 fahren. Ja. So, Entschuldigung. Aber der Mensch wollte gerne weiter vorne 80 fahren. Ja, jetzt fährt er vor mir. 82. Glückwunsch. Richtig, also nee, das bringt ihn weiter auch so, auch im Leben. Menschlich. So, auf jeden Fall, habe ich sie, musste nicht rausschneiden, das ist dazu, that's life, habe ich sie gefragt, ob sie so Perlen hat, also so von den Dingen, über die sie berichtet hat, was ihr euch besonders gut gefallen hat oder so, weißt du, so Perlen halt. Ja. Und dann hat sie erzählt, dass sie einen Bericht gemacht hat über so Alpakas, die mit so in Pflegeheime gebracht werden. Toll. So in Altenheim oder Demenzstation oder so, und wo die dann einfach, also so wie so Therapie-Alpakas. Ja. Und die dann so die alten Leute so besuchen. Großartig. Das fand ich so cool und da habe ich gelernt jetzt von ihr, dass erstens diese Alpakas eine dreijährige Ausbildung hinter sich haben und dass die stubenrein sind einfach. Okay. Ich wusste nicht, dass ein Alpaka stubenrein sein kann. Nee. Die sagen Bescheid, wenn die mal müssen. Ja. Und dann gehen die raus. Cool. Ich meine, ja gut, warum nicht? Warum soll ich das nicht? Ja, klar. Aber irgendwie, wenn man mich jetzt so gefragt hätte, was glaubst du, kann ein Alpaka stubenrein werden? Hätte ich erst mal so gedacht, nee, glaube ich nicht. Ja. Ja. Das fand ich irgendwie coole Story. Ja. Sehr gut. Also ihr Journalisten und Reporter, ihr dürft schon tolle Sachen machen manchmal und erleben und davon erzählen. Ja, das stimmt. Und das ist auch was, das ich an dem Beruf sehr mag. Und was magst du nicht so an dem Beruf? Ist nicht, dass ihm nichts einfällt. Er fragt sich gerade, was davon ein Podcast sein würde. Ach. Naja, manchmal, also natürlich kann man irgendwie sagen, Arbeitszeiten sind scheiße. So, es gibt halt, hatte ich jetzt gerade in der Vergangenheit, diese Woche wieder, dass ich eben morgens um 6.30 Uhr ein Kollegengespräch hatte. und dann muss man natürlich wach orientiert und im Idealfall auch bei Stimme sein. Entsprechend früh muss man dann aufstehen und dann ist er häufig, interessiert das ja den Rest der Welt nicht, dass man schon sehr früh gearbeitet hat und dann kommen halt immer noch Sachen von wolltest du nicht hier rausfahren? Ich wollte nach Dampf weiterfahren. Ach so, ja schön. Das ist ja auch gut da. Aber wenn du darauf bestehst, dann biegen wir halt nicht so Riesebühel auf. Mein Gott. Und dann hast du halt relativ zügig irgendwie 10, 12 Stunden auf der Uhr und ja, das ist natürlich schwierig. Jetzt heute am Sonntag habe ich auch wieder gleich mehrere Interviews geführt zu unterschiedlichen Themenkomplexen, die alle irgendwie fertig werden müssen und die Warte mal, meintest du gerade zu Themenkomplexen oder zu Themen, zu komplexen Themen? Also war das so ein Adjektiv im Nachsatz oder war das Nee, das waren Themenkomplexe. Ah ja. Ja. Weil man könnte es auch anders hören, so unterschiedlichen Themen, komplexen Themen. Könnte man auch so verstehen. Ja, wahrscheinlich. Aber so war es nicht gemeint. War es nicht, ne? Nee. Danke. Also ja, ich habe heute am Sonntag auch wieder gearbeitet und Sonntagsarbeiten. Fahrt jetzt nach Trappenkamp und dann ja auch zu deinen Eltern wurde einfach dadurch angenehmer, dass du mitkommen konntest und dass dass der Termin das eben auch hergegeben hat. Wo du ja für eineinhalb Stunden ungefähr gewartet hast auf deinen Interviewpartner für deinen fünf Minuten Hintergrund. Ja, das war sowieso klar, dass es nicht wahnsinnig lange dauern würde. Ist das manchmal frustrierend, dass du dann zum Beispiel sehr lange irgendwo hinfährst und das hin und her und bis man sich dann trifft und dann hat man ein Interview und dann redet man fünf Minuten miteinander, weil du ja auch im Zweifel weißt, du brauchst auch gar nicht mehr Material, weil du eh nur ein paar Minuten Beitrag machst. Oder ist das manchmal frustrierend oder ist das halt so der Job? Naja, natürlich ist das der Job, aber das ist gerade Timdorfer Strand. Zweieinhalb Stunden Fahrt durch den Wittereinbruch, zwei Stunden Pressekonferenz, um einen O-Ton zu bekommen, der dann am Ende nicht gesendet worden ist und zwei Stunden, zweieinhalb wieder zurück war. Ach, echt ist gar nicht gesendet worden? Ja. Nichts davon? Nee. Ach ja, hast du erzählt. Ich habe da natürlich eine Menge gelernt und eine Menge Sachen mitgenommen, die für das Kollegengespräch dann am Ende wichtig waren. War dann? Aber die Ansage war dann doch, wenn der O-Ton jetzt keine Weltsensation enthält, können wir darauf verzichten. War der dann bestellt? Es war bestellt ein Kollegengespräch eventuell mit O-Ton. Und dann hast du das Kollegengespräch auch nicht gemacht? Doch, das Kollegengespräch habe ich ja gerade erzählt. Das habe ich gemacht. Hast du das gerade erzählt? Ja. Hier im Podcast? Hast du davon erzählt? Ja, gerade vor wenigen Minuten. Habe ich vergessen. Ja. Nee, du hast von einem Thema erzählt, aber ich wusste nicht, dass du erzählt hast, dass du ein Kollegengespräch dann gerade gemacht hast. Ach so. Ich bin aber auch zwischendurch mit Autofahren. Also ich höre dir manchmal nicht so zu. Ich erwähnte vorhin, dass ich um halb sieben morgens ein Kollegengespräch hatte. Und das war, ich habe nicht gesagt, dass es dieses Thema war, aber insgesamt. Ja, so das, das sind halt Sachen, die natürlich nerven, klar. Und da gibt es dann, kann man dann auch sagen, so das ist natürlich wirtschaftlich durch nichts zu, zu rechtfertigen. Natürlich hat sich das rein vom wirtschaftlichen, von meiner Arbeitszeit, dass ich da im Prinzip einen kompletten Arbeitstag versenkt habe, um zu einem Termin zu fahren, bei dem dann am Ende nicht so wirklich was rauskam, sondern es waren halt irgendwie drei Sätze, die ich mir auch hätte ergoogeln können oder wo ich mir auch eine Pressemitteilung hätte schicken lassen können. So, das kann man natürlich so argumentieren. Ich persönlich finde, dass es sich allein deswegen gelohnt hat, weil ich dieses Thema dann nochmal intensiver gehört habe. Und das nächste Mal. Es ist immer so, wenn man zu einem Vor-Ort-Termin hinfährt, hat man nicht zwingend immer mehr Informationen über ein Thema, sondern diese Informationen liegen halt woanders auch noch rum, im Zweifelsfall im E-Mail-Postfach. So war es dann ja auch. Aber man kommt dann ja immer auch nochmal mit ein, zwei Themenideen zurück. So, und jetzt wird es klar, dass sich da irgendwie Protest formen wird, es wird da irgendwie Veranstaltungen oder sowas geben, an denen man das auch nochmal erzählen kann. und dieses ganze Thema feste Firma in Weltquerung und die Hinterlandanbindung davon, das wird mich ja auch noch mehrere Jahre begleiten in Form von Berichterstattung, Verzögerung, Erhöhung der Baukosten, weiß der Schinder, was da alles kommt. Und allein dafür hat es sich halt gelohnt, dass ich dann mal da gewesen bin, um zu sagen, guten Tag, ich bin hier der Korrespondent und ich bearbeite dieses Thema. Ja, und irgendwie gehört es dann ja auch zum Korrespondenten-Dasein wahrscheinlich auch einfach dazu, auch mal im Land unterwegs zu sein, an Orten zu sein, Menschen zu sehen. Genau. Und nicht immer nur eins zu eins mit Blick, wie das ausgewertet werden kann. Und ich denke, ein Stück weit kriegst du ja auch deswegen dieses Grundhonorar, oder? Oder ist das wirklich nur eine Fahrtkostenpauschale eigentlich? Naja, also ich kriege ein Honorar ausbezahlt, das sozusagen ein Vorschuss ist auf die Sachen, die ich fürs Programm mache. Das Geld wird also verrechnet mit den Honoraren. Hä, aber du kriegst das? Ja, warte, ich bin noch nicht fertig. Aber ich wollte dich unterbrechen. Ja, aber ich war noch nicht fertig. Warum unterbringst du mich, während ich dich unterbreche? Unterbrochen werde. So, und dann darüber hinaus kriege ich eine Unkostenpauschale, die meine Reisekosten abdeckt und alle anderen Aufwendungen, die ich in dem Zusammenhang habe. Und wenn ich jetzt meine, ich muss irgendwie vier Zeitungen abonnieren, dann kann ich das aus diesem Topf machen, ohne dass ich jetzt mit irgendjemandem Rücksprache halten muss. Ich muss auch meine Reisekosten mit jemandem abrechnen. Aber alles, was am Ende übrig bleibt von dieser Unkostenpauschale, das ist natürlich ein zusätzliches Honorar, das ich auch versteuern muss. Aber nur das, was übrig bleibt. Ja, klar, für das andere habe ich ja Ausgaben belegt. Boah, das heißt, aber du musst für jeden Monat dann für die Steuererklärung gucken von diesen Festdings, wie viel da übrig geblieben ist? Genau. Genau, also ich schreibe das für meinen Buchhalter auf. So, ich kriege, das kann man ja sich vorstellen wie ein eigenes Konto sozusagen. So, da kommt eben, da ist jeden Monat dieser Betrag drauf und von dem Konto buche ich dann, was weiß ich, die Reisekosten heute nach Trappenkamp, buche ich davon ab. Wer hat das mal gesagt, dass man mit dieser Steuererklärung auf dem Bierdeckel? Friedrich Merz. Nein, von allen Menschen ausgerechnet. Ja. Okay, irgendwie, dass es so CDU, CSU aus der Richtung kam. War das wirklich Merz mit diesem Bierdeckelspruch? Ja, ja. Ja, und da sind wir. Genau, richtig. Auch übrigens, da sind wir, weil wir jetzt auch riesig sind. Abgesehen davon, bin ich der Meinung, dass Christian Lindner als Bundesfinanzminister zurücktreten sollte? Und Friedrich Merz sollte sich auch von allem zurücktreten. Ja, das ist korrekt. Und also, alles. Er soll einfach, ich weiß nicht, mit seinen Enkelkindern in den Wald spazieren gehen oder hat der Enkel, sowas machen. Wahrscheinlich. Das wird dem auch gut tun. Ja. Vielleicht irgendwas Handwerkliches oder Stricken lernen. Ja, was mit Holz, finde ich gut. Sudoku machen. Ja. So schön, würde ich dem auch wünschen so. Das soll dem ja nicht schlecht gehen, aber könnte, also, weißt du, vielleicht sollte mehr so ein bisschen für sich sein. bis das passiert. Oder bis eine weitere Folge erscheint. Eine neue Folge von dieses Staatsfeilen im Podcast. Ja. Dann alles Gute bis dahin. Auf Wiedersehen. Hören. Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Wiederhören. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020